Ja, Freunde, hallo herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth hier auf dem Kanal. In der letzten Folge sind wir aus der Villa ja rausgekommen, nachdem wir Vincent Valentine begegnet sind und uns ihm gestellt haben. Und wir haben zumindest mitbekommen, dass er ein ehemaliger Ex-Turk ist. Oder ein ehemaliger Ex-Turk wäre ja wieder eine doppelte Verneinung. Dass er ein Ex-Turk ist und entsprechend, äh, ja, ich weiß jetzt, will ich jetzt nicht sagen, waren unsere Leute hier nicht ein bisschen begeistert. Aber hey, mal gucken, warum jetzt die Schwarzkotten hier rumstehen. Naja, Shin war mal wieder vorbei. Endlich sehen wir uns wieder, mein Freund! Oh Mann! Ich habe dich schon vermisst. Kampflos! Kriegst du mich nicht! Nein, nein, nein. Das hier ist eine persönliche Sache. Wenn mein Chef davon wüsste, würde er mich feuern. Klau, du wirst mir die schwarze Materie erbringen. Mein brennender Wunsch, dich zu sehen, hat mich hier geführt. Ich befürchte, mein Motor gibt so langsam den Geist auf. Los, gewähre mir diesen letzten Tanz, mein Freund! Wir sind feiner, Freunde. Bereit? Bin mal so frei. Blush wurde von Professor Hujo eine Zellbehandlung unterzogen. Seine Fähigkeiten als Soldat haben sich dadurch schlagartig verbessert. Doch insgesamt schreitet seine Degeneration voran. Auf seinem Arm prangt SC-4. Das beweist, dass er zu einer Versuchsperson geworden ist. Füge lauscht Schaden zu, direkt nachdem er mit Seismischer Heave, Schädelgiebel, Seelenschlitzer oder finsterer Heave angegriffen hat, um ihn schockanfällig zu machen. Das war's. Das war's. Da stehst du doch drauf. Das soll's erreichen. Ach, wüsste, seid geschiebt. Jetzt mal Tempo. Und Schiss! Treib es nur noch zu wenig. Mist. Jetzt stehst du doch drauf. Ich geb mich auf. Und Schiss! Und Schiss! Und Schiss! Und Schiss! Und Schiss! Und Schiss mit der Bräne! Maaaain, ne. Und Schiss! Das sollte reichen. Ja, Arsch. Komm! Da stehst du doch drauf! Nee, tu ich nicht. Da, Arsch! Muss das beenden? Irgendwelche letzten Worte? Mehr davon! Lass es mich spüren! Ich geb nicht auf! Genießen wir den Augen! Kannst du euch jetzt machen, oder? Sehr gut! Da geht doch! Jetzt auf einmal krieg ich's müssen hin. Ja! Mann! Nicht gut. Das sollte reichen. Hehehe. Gleich steht dein Herz in... Ja! Treib es nur nicht so well. Der Feind ist geschwächt. Ja! Es ist vorbei! Auf immer wiedersehen! Und tschüss! Oh ja, gut abgezogen hast du. Was hast du? Behalte dein Mitleid für dich. Das hier ist ein Duell. Oder nicht? Cloud, lass uns bis zum bitteren Ende kämpfen! Heia! Und tschüss! Nicht so schnell! Es gibt keine Träne! Es gibt keine Träne! Kein Problem! Was muss das beenden? Lass das! Lecko mio! Nochmal! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das? Finish! Geh'n aus! Geh! 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 Haha! Geh! 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 beeindruckt ja 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 War er? Ne war er nicht. Ich dachte gegen Feuer, war er noch nicht. Zu nachlässig! Das war's! Kann ich ja nicht, aber... Jetzt oder nicht! Oh, war nicht übel! Ich mach dir die Hölle aufgeschoben! Dich ist ein Erfasslammen! Oh, gewinnt man! Kann, ihr waren? Oh, ho, ho! Das war's dann! Lass es mich spüren! Spezialeinsatz! Das war's dann! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Lass uns gemeinsam untergehen! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Kleine Schau, jetzt fällig! Und tschüss! Das war's! Ja, das war's! Ja, nicht so schnell! Ja! Das war's! Ja! Mann, no! Und tschüss! Ja! Achtung! Los! Ja! Ja! Das war's! Ich hasse diese nicht zu sehr! Ich hasse diese nicht zu sehr! Ja! Das war's! Was hast du? Behalte dein Mitleid für dich! Das hier ist ein Duell! Oder nicht? Cloud, lass uns bis zum bitteren Ende kämpfen! Da! Verzieh dich! Oh mein Fein! Und tschüss! Ja! Verdammt! Kommt nicht wieder vor! Keinen Kommen! Tadam! Verdammte Degeneration! Lebt wohl! Mein Freund Jetzt kommen die Schwarzkotten Super, was machen die jetzt so? Hä? Nein Schwarze Materia Diese Materia kriegt niemand außer mir Verdammte Degeneration Leb wohl Das passiert dir nicht Ganz sicher Sie hat recht Das passiert dir nicht Kommt schon Zur Hochbruch der Dekadenz Es ist nicht mehr weit Okay Das kann man nur hoffen Vereilung Hm? Hä? Hm? Ach Stimmt, den gab es ja auch noch An alle Shinra-feindlich gesinnten Kräfte Ich gehöre zu Wutais Übergangsregierung Mein Name ist Glenn Lodbrock Die Zeit zum Handeln ist gekommen Erheben wir uns gegen Tyrannei und Willkür Vor wenigen Tagen wurde die Kanone in Junon abgefeuert Ein Zeichen, dass es sich bei dem Erben des Shinra-Konzerns Um einen genauso gewalttätigen Despoten wie seinen Vater handelt Nicht nur das Wir haben Informationen, nach denen der Shinra-Konzern Seine Makoreaktoren nutzt, um lebende Waffen zu entwickeln Wutai Wollte das untersuchen, denn eine solche Ungeheuerlichkeit Würde einen klaren Verstoß gegen unser Abkommen darstellen Und Shinra gewährte ihnen Zugang zum Reaktor Nur um Unsere Leute dann vor Ort Kaltblütig Zu ermorden Achtung Das folgende Bildmaterial ist überaus verstörend Jetzt bin ich mal gespannt Das nennt Rufus Shinra also Waffenruhe Freunde Shinra mag stärkere Waffen als wir besitzen Jedoch Brennt in unseren Herzen Die Flamme des Widerstandes Und zusammen entfachen wir ein Feuer so gewaltig So lichterloh So heiß Dass sich auch ihre strahlende stählerne Stadt Unserem Willen beugen wird Wir stehen am Beginn einer Revolution Alle Weichen sind gestellt Und anführen wird uns Niemand Geringeres als Gouverneur Sir Ruf Wer ist dieser Sir Ruf eigentlich und warum kommt er nicht? Über jemanden mit diesem Namen haben wir derzeit keine Informationen Dann sucht ihr wohl nicht gründlich genug Macht gefälligst eure Arbeit Ma'am Und wer ist dieser Glenn irgendwas? Glenn Lodbrock Ex-Soldat Prototyp Klasse P0 Vor 15 Jahren entsandte man ihn auf eine Expedition nach Rador Sie schlug fehl Daraufhin verließ er die Armee Ein Deserteur will also unseren guten Namen beschmutzen? Nicht nur er Nach seinem Austritt reiste er umher und fand weitere Personen Die seine Abneigung gegen Shinra teilten Ich dachte wir hätten Avalanche zerstört Es geht nicht nur um Avalanche Nach dem Fall der Republik kam es In den einzelnen Regionen zu Konflikten Die Überlebenden der damals besiegten Armeen Scheinen nun eine neue Allianz gebildet zu haben Das leuchtet natürlich ein Für Freiheit von der Republik griffen sie zu den Waffen Aber kaum war der Krieg vorbei Standen wir plötzlich als der neue Machthaber vor ihnen Wenn man es so sieht haben wir eine ganze Armee von Feinden Sieht nichts aus als würde er noch auftauchen Die Zetra ist auf dem Weg zum Tempel ihres Volkes Ihr wisst Sie hat derzeit höchste Priorität Wir müssen das verheißene Land finden Egal wie Das ist Shinras Mission Diese Übertragung aus Wutai Muss überall zu sehen gewesen sein Unsere Bürger sind ganz sicher in Aufruhr Wir sollten uns zu dieser Sache äußern Ich werde eine Erklärung abgeben Son, bitte Sir Ob er es vielleicht selber ist Der Reef Und? Wie kommen wir von hier aus jetzt bitte zum Gold Saucer? Zu Fuß könnte es schwierig werden Es ist nicht nur weit, sondern auch unwegsam Nicht wahr, Kitschi? Hey Bist du Tauber oder so? Oh Ähm Also Hm Seht Rauch Zeist, ein Flugzeug wurde gerufen Wo ist da der Hauk? Ruf da Jemand nachs Hit? Kommt schon Sehen wir nach Ach da, ganz weit hinten Oh nein Wie kann das sein? Ich kann es mir auch nicht erklären Deswegen Möchtest du, dass wir es herausfinden? Du bist schnell von Begriff Die Schwarzkutten legen zwischendurch immer wieder Pausen ein Bewegen sich aber unbeirrt auf ein gewisses Ziel zu Ihr habt sicher viel zu tun Aber vielleicht könntet ihr der Sache einmal nachgehen Ja Na klar Weil ich die Protosubstanz ja möchte Als Reaktion auf das gestern Abend illegal ausgestrahlte Wien Hat der Direktor des Shimra-Konzerns eine Erklärung abgegeben? So Okay Es gibt hier aber noch eine Nebenquest auf dem Wagen Hier drin Ne, na Falsches Ich muss bei der Köchin drüben rein Das letzte Mal, als ich hier war, muss ich sieben oder acht gewesen sein Hat sich ganz schön verändert So was möchtest du? Kommt, liebe Leute Braucht ihr vielleicht Hilfe? Äh, nicht wirklich Wir haben uns nur gefragt, wer hier so schön singt Ach, wie peinlich Wisst ihr Es gibt da eine Katze, die ich sonst immer gefüttert habe Aber in letzter Zeit zeigt sie sich nicht mehr und vor Sorge Sing ich nun Cloud So geht's hier also mit Sorge um, ja Na super Klingt nach einem Job für den Alleskönner Wir machen uns auf die Suche Oh, du scheinst dir ja richtig was zuzutrauen Bist du etwa ein professioneller Katzenaufspürer? Ich bin Alleskönner und hab schon so manche Katze gerettet Sogar schon, als ich ein Kind war Ich bin übrigens Christa, die Köchin hier Die besagte Katze scheint am Fuße des Nebelgebirges zu wohnen Sie hat wunderschönes, schneeweißes Fell Und elegant ist sie Wisst ihr, sie wird sicher Hunger haben Ich gebe euch was für sie mit Nehmen wir mit, ja klar Das alles hat mich an Mutti erinnert Ja, mich auch Was ist denn sonst noch irgendwelche Nebenmissionen hier? Nein Das ist ein little Ja lustig Ich bitte Ja GOT hin Ich bin Ich bin Da Victoria Ich habe einen Okay, okay, okay. Zum Glück bin ich da echt noch nicht lang gelaufen vorher. Da, wieder ein paar Rohstoffe mitnehmen. Peine Schütze, peine Schütze. Ich habe eine Kasse gehört, da ist er. Bleib hier. Äh. Ziemlich schwach. Aber Eris hat die Nieder eigentlich keine Waffen mehr bekommen, ne? Ich komme hier gerade hin. Lass mich mal. Und tschüss. Ja. Nimm das. Aufgezeichnet. Für. Das erste nicht schlecht. Dab tabi-dab 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 tabi-di-da. So, wenn ich ihr jetzt das Katzenfutter gebe, kommt doch bestimmt wieder irgendein anderes Monster. Oh, ganz viele Katzen. Was, Motzi? Hast du mich etwa vergessen? Sieh doch, ich bin's, tiefer. Wie schön, dir ist nichts passiert. Motzi, was ist los mit dir? Sie ist sehr schwach. Ach, richtig, das Futter. Ist genug da. Schlag dir den Bauch voll. Motzi geht es wieder gut, ne? Ist ja auch schön. Wir müssen sie beschützen. Auf Nummer, sich. Gut Feuer, okay. Brenne. Sehr gut. Was? Das ist auf. Miau, miau, miau. Folgen wir ihr. Schade. Ich hätte gedacht, dass ich hier noch ein bisschen mehr finde. Und doof, dass ich denn nicht lang komme. Oh. Tup, 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 tup. Ah ja, dann sind die anderen Killerbienen. Ja, mach ich gleich. Halt. Äh, stopp, stopp, stopp. Nein, der Fresser. Wüsste ich es doch. KG habe ich noch vergessen. Okay, CIS, wie ich es immer gerne sage. CIS. Äh, Kampagnenstellungen. Danke. Okay, dann machen wir das mal so. Das passt. Das Goldene Megafon hat da ausgerüstet. Da haben wir alles. Na doch, passt sonst. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Feuer, jetzt. Und tschüss. Zack. Feuer frei. Finis. Genauso. Miau. Hier gibt's auch Rissen. Finis. Bis hier und nicht weiter. Es wird alles ziemlich schwach. Der Feind ist geschwächt. Verzieh dich. Spring für mich ein. Jetzt die Kapp. Angekloppt. Und tschüss. So, warte mal, jetzt musst du noch. Die Mogrigirada. Ich kann auch wieder ein Trittchen in Ehre. Jetzt gib dich. Zeig ich euch, was ich kann. Du schaffst das schon. Jetzt das Recht. Steh. Ja. Zack. Sehr schön. Machen wir. Sorge dafür, dass Mochi und ihre Jungen sicher ins Dorf gelangen. Bleibe immer möglichst nah an den Kätzchen dran, damit sie nicht vom Weg abkommen. So kannst du sie sicher bis zum Dorf geleiten. Okay. Geht ihr alle mit, bitte? Okay. Die laufen automatisch mit. Äh. Bis dahin bringen, okay. Das schaffen wir. Wer seid ihr denn? Hey, yo. Hey. Hey. Miau 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 Ja das ist nicht mehr das dorf in dem wir gelebt haben was darum ist sie sicher nicht zurückgekehrt Was hast du jemand spielt klavier Oh nein ja das ist nicht gut Oh Gott wieder ein A Wir machen genau dasselbe wie gestern Tut mir leid aber es sind gerade keine Besuchszeiten Aber wer spielt da Tag Oh Christa kann spielen Und unversehrt wie ich sehe und kleine süße junge hast du auch mitgebracht Sie hat sie wohl in den Bergen geboren Na sowas und das ganz alleine Deshalb haben wir sie mitgebracht die Berge sind kein Ort um junge aufzuziehen ich hoffe das War ok fein fein und keine angst von jetzt an werde ich dir bei der aufzucht helfen Es war schon immer mein größter Traum im Kreis Wenn ihr bei mir wohnt braucht ihr natürlich auch Namen du bist weiß wie der Schnee also nenne ich dich Flocke steht dir ausgezeichnet finde ich du nicht auch Aber sie heißt Flocke steht für den nachwuchs überlege ich mir später was Nein die katze heißt eigentlich Oh nein ich möchte nicht Klavier spielen Willst du etwa ein Lied hören Bitte nicht Tut mir leid aber nach der ganzen Aufregung habe ich noch ganz zittrige Hände Tiefer kann doch spielen Ein toller Vorschlag Da höre ich auch gerne zu Ok aber nur ein bisschen Wisst ihr was ich hole noch etwas Begleitung dazu Wir haben nämlich ein paar gute Musiker im Dorf Bin sofort wieder da Ach du Schande Claude Was mache ich denn jetzt Üben Ich habe doch seit Jahren nicht mehr gespielt Du willst kneifen Nein das wäre gemein Dann hilft nur üben Äh Üben ja Ja Warte mal Ich kann gar nichts hier auswählen Oh Gott Okay ja geht Gold ist das schwer 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 Okay Okay Ja, ja. Ja, das geht noch relativ gut. Ah, na gut, schade. Zehnmal verspielt. Also viele Punkte gibt es dafür nicht. Was wäre denn ein... Aha, ja, okay. 12.100. Wird es noch einmal versuchen? Das Konzert machen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. 12.100. Ja, der Anfang geht. Ja, schon viel besser. Wie viel besser? Ach, Mist. Verdammt, doppelt gedrückt. Mist. Wieder verspielt. Das Limit. III. Kita steigen. WirVER amounten. Wir werden verspielt. Ricord. Wir rahmen uns nicht kennen. Vi2. Wir sind Lyn Goddess. praised. Wir werden verspielt. Wir haben ein neues Jahrhundert. Wir irren. Wir andare 수IT. Wir şeyi versât. Wir werden versmatilt. Wir bet withen uns nicht meinerほ somehow. Doppelt, ach Mist. Ja, das passt noch. Zwei mal nur und gut, ich bin blöd. Naja. Hey, ein Rang A. Geschafft. Sagen wir unserem Klavierfuzzi noch unten und dann wird beim nächsten Mal das Konzert stattfinden. Oh nein, warte mal. Nicht, dass sie es jetzt automatisch machen? Nee, ich dachte schon. Na gut, Freunde. Ich würde mal sagen, wir geben unten Bescheid und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Final Fantasy 7 Rebirth hier auf dem Kanal. Lasst uns doch noch oben da, schreibt uns in die Kommentare und findet mich gerne weiter und wie immer. Ciao, ciao und bis dahin. Ja, ja, komm. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt und der Welt die Schönheit des Klavierspiels näher bringst. Sieh an! Es scheint, als hättest du alle Notenblätter gemeistert. Als Zeichen der Wertschätzung möchte der Verein zur Popularisierung des Pianofortes dir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und ich möchte mich auch persönlich in aller Form bei dir für deine unermüdliche Unterstützung bedanken. Was passiert jetzt, oder? Oh nein, jetzt spielt der noch was. Schon als junger Bursche büßte ich mein Augenlicht ein. Seither ist der Ton mir stets das vertrauteste in meiner Welt gewesen. Der Gesang der Vögel, das sanfte Rauschen des Windes, das Brasseln des Regens, all die wunderschönen Melodien, die sie mir vorspielen. Jede einzelne von ihnen erhellt meine Welt aus Dunkelheit nicht nur. Nein, ihre klaren Töne tauchen sie in leuchtende Farben. Am Flügel trete ich mit der Welt in einen Dialog. Wenn meine Finger über die Tasten gleiten, erfüllt es mein Herz mit Licht und mit Freude. Dieses Gefühl möchte ich an die Welt zurückgeben, an die Menschen auf diesem Planeten. Und das Klavierspiel macht es mir möglich. Schön, dass die Melodie aufgehört hat, obwohl der da noch rumklimpert, ne? Naja. Diese Noten sind für mich wie ein strahlendes Licht in der Finsternis. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass du dir dieses Licht ebenfalls erschließen wirst. Let the battles beginn. Bitte widme dich auch weiterhin dem Klavierspiel. In dir schlummert ein Talent. Ein Talent, diese Welt mit der Magie der Musik zu erfüllen. Inspiriert von Clouds und Tiefas Klavierspiel möchten sich nun auch Eris und Yuffie an den schwarzen und weißen Tasten versuchen. Oh, ne. Aber hey, ich habe die Trophäe ja entsprechend erhalten. Na dann, Freunde, wir können ja auch noch beim nächsten Mal versuchen, das zu üben. Ich sage erstmal nur noch Ciao, ciao, schalte ein und wieder bis dahin.